Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi miteinander, wir wollen euch heute unseren Kandidaten vorstellen, weil er, ja, ist über die Zeit ein bisschen schüch geworden. Da ist der Zauor. Er ist 21, kommt aus dem beschaulichen Rindtal im Kanton St. Gallen und hat ein Fassungsvermögen von sagen und schreiben 3 Liter. Er hat jetzt einen Job angenommen im Falken, hat aber immer noch Probleme, um die grosse Liebe zu finden. Und da wollen wir ihm natürlich helfen, da bei Tauer ledig sucht. Im beschaulichen Bauerndorf Eichberg, gelegen an einem kleinen Berg, gibt es schon seit Jahrzehnten das ehemalige Restaurant und Kultlokal namens Falken, in dem sich unser Kandidat Tauer gerne die Zeit vertreibt. Egal ob an der Bar oder in der Hand eines Partygängers, Tauer ist stets unter den Menschen und zaubert so manch einem ein Lächeln aufs Gesicht. In der Liebe klappt es jedoch leider nicht ganz so, wie sich der Tauer das vorstellt. Er ist immer mit anderen Tauern unterwegs, welche jedoch immer nach spätestens einer Stunde wieder verschwinden. Wenn wir dein Interesse an Tauer geweckt haben, dann schreib doch in die Kommentare, was der Tauer mit dir trinken soll und schon hast du die Chance selbst, ein Tauer für den 9.2. zu gewinnen. Ich muss sofort, ich muss es wagen.